Willkommen, Prinz Arthas. Meine Männer und ich fühlen uns durch euren Besuch geehrt. Nicht so förmlich, Uta. Noch bin ich nicht König. Schön, euch zu sehen. Euch auch, mein Junge. Schön, dass König Terenas euch geschickt hat. Mein Vater hofft immer noch, dass eure Geduld und Erfahrung auf mich abfärben. Ein Vater wird doch noch träumen dürfen, oder nicht? Hier ist die Lage. Unsere Späher haben bestätigt, dass ein Lager der Orks irgendwo hinter dem nächsten Hügel liegt. Wie ich vermutet hatte. Es kommt noch schlimmer. Sie sind im Begriff, das nahegelegene Dorf Stranbrat anzugreifen. Unseres Wissens nach ist das Dorf vollkommen schutzlos. Ich muss sofort auf das Lager der Orks vorrücken. Werdet ihr allein mit der Verteidigung von Stranbrat fertig? Gewiss, Uta. Seid unbesorgt. Gut. Wir treffen uns im Orklager, wenn ihr das Dorf gerettet habt. Gut. Seid vorsichtig, Arthas. Neee. Was ist euer Begehr? Ich tue mein Bestes. Für Lord Aron. Einfach mal alle Kisten aufmachen. Ich bin geehrt. Oh, ich hab auch noch. Okay. Natürlich. Ich bin bereit. Ich bin geehrt. Hier ist ein Rutz. Rolle, die nehme ich. Wie kann ich dienlich sein? Jo. Ich tue mein Bestes. What? Okay. Mein Zauber habe ich wieder. Ich habe mich halt beider dir falsch angeklickt. Ich tue mein Bestes. Das ist schlimm. Ich bin geehrt. Seid gegrüßt, mein Lord. Du musst zum Glück am Anfang nichts auswählen. Das stimmt. Ich tue mein Bestes. Willkommen in unserem Dorf. Für Lord Aron. Wir kämpfen für Lord Aron. Zu den Schwertern. Zu den Schwertern. Weißt du, wie die Menschen eigentlich in Wahrkraft 3 entstanden sind? Bitte, ihr seid meine einzige Hoffnung. Eine Gruppe Knolle hat meinen kleinen Timmy entführt und zu ihrem Versteck im Wald gebracht. Bitte bringt ihn mir gesund wieder. Ganz einfach. Die Menschen sind vor sehr langer Zeit entstanden durch ein anderes Volk, die den Freekul. Und diese leben in Northrenden. Freekul sind sozusagen Halberiesen, die in Azeroth waren und die haben sich dann nach und nach zu Menschen entwickelt. Ich sitze enthevig fest. Hm, okay. Hm. Was ist das Börse-kleine Halberüsen? Äh, richtig. Für Lord Aron. Aha. Ich bin bereit. Das müssen wir noch daran arbeiten. Frag das Zauberbau. Was ist euer Weg? Äh, ist alles gekennzeichnet. Ich kann nicht dienlich sein. Dankeschön für den hier. Dankeschön. Das Gute ist, die Rennen immer wieder weg. Glaubt, da haben wir sogar ein leichteres Spiel wie am Anfang. Bist du den Haltkopf? Bist du den Haltkopf? Was ist euer Begehr? Yeah, die Kamera spinnt, oder? Nee. Elende Bestie. Also von mir aus kannst du den Haltkopf haben. Ich hab einen. Okay, dann ne, ich den. Ich bin bereit. Hier ist ja nichts. Das haben wir ja schon herausgefunden. Ich bin bereit. Juhu. Für Lord Aron. Wir sind der Bestie. Ich tue mein Bestes. Ich bin geehrt. Ich tue mein Bestes. Ich bin geehrt. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Übrigens, Ruter ist auch im zweiten Teil schon dabei gewesen. Sag das Zauberwort. Was ist euer Begehr? So in etwa, ja. Wie kann ich dienlich sein? Und du? Ich bin geehrt. Helft uns. Es ist deine Falle. Nehmt ihnen alles ab, Männer. Schnappt euch alles von Wert. Schon unterwegs. Jawohl, mein Lord. Was ist euer Begehr? Sag das Zauberwort. Oh, shit. Ich hätte mich als gefeiert. Was braucht ihr? Hm. Was ist euer Begehr? Mit Alt kannst du übrigens, wenn du Alt gedrückt hältst und klickst. Ich muss bloß auch auf meine Einheiten aufpassen. Aber du hast die ganze Zeit jetzt gerade gepinkt. Wenn du Alt und Links klick machst, pingst du. Ah, okay. Ich habe immer nur dauerhaft quasi geschaut. Wie kann ich dienlich sein? So nett. Soll ich den Hammer haben oder willst du den? Den Hammer kannst du rein theoretisch haben. Jupp. Wie kann ich dienlich sein? Wappert das Tor wieder auf? Weil ich glaube, der erklärt, was passiert. Ah, okay. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Wenn du einen Halt raus sagst. Was ist euer Begehr? Ne, ne. Ich tue mein Bestes. Jetzt habe ich erstmal meinen Dude wieder. Ja, mein Lehn, Shell. Befehle? Ich bin bereit. Was braucht ihr? Was ist euer Begehr? Ja, mein Lehn, Shell. Wie kann ich dienlich sein? Hilfe! Wir werden von Banditen bestohlen. Hör auf sie mit Gebrüder. Bringt München raus, wir alle anderen vor euch. Diese Banditen haben mein Geschäftsbuch gestohlen. Das wird mich meinen Hof kosten. Bitte holt es aus ihrem Lager zurück. Es bedeutet uns alles. Was? Ne, Uta zum Beispiel ist im zweiten Teil einer von wenigen Helden, die du auch hast. Allgemein. Ich bin geehrt. Ich bin geehrt. Ich tue mein Bestes. Für Lordaeron. Leck? Bisschen? Ne, ich hab grad gar nichts. Ich tue mein Bestes. Ich bin geehrt. Sag das Zauberwort. Ich bin bereit. Wie kann ich dienlich sein? Das war schon mal etwas. Mhm. Ich bin bloß gespannt, wie wir das machen wollen. Wollen wir auf, ähm, Menga, äh, Menak gehen? Direkt? Weil der ja immer ein Wasserelementar spawnt. Oder wollen wir den ein bisschen versuchen, die Einheit ein bisschen zurück zu pullen, dass wir sie einzeln kriegen könnten? Ich weiß nicht, ob das so zauber war. Ich denk mal nicht. Vielleicht klappt's. Wie kann ich dienlich sein? Probier'n wir schon mal. Für Lordaeron. Ich tue mein Bestes. Oh, was tut das? Lass mich den bloß mal anhöten. Geh mal noch ein bisschen zurück. Ich bin geehrt. Ah, okay. Noch mal. Was ist euer Begehr? Ah, okay. Ich bin geehrt. Ich mach mal Schutzrolle. Und ich nehm' den Haltrang. He, ja. Ich bin bereit. Ich tue mein Bestes. Doch mehr Wasserelementare, die machen Schaden. Was ist euer Begehr? Ich bin bereit. Ähm. Passive Fähigkeiten muss man nicht nutzen. Haha, das ist schon mal nicht ganz. Für Lordaeron. So schön. Nimm du den Haltrang. Ich bin geehrt. Ich hab zwei. Nimm den trotzdem. Du brauchst die Erwanderer wie ich. Wie kann ich dienlich sein? Wie kann ich dienlich sein? Ich tue mein Bestes. Für Lordaeron. Ja. Was braucht ihr? Was ist euer Begehr? Wie war das? Solange sie auf nicht gehen ist alles in Ordnung. He, he. Dann hab ich wenig Probleme mit dem. Ich bin bereit. Schack das Zauberwort. Verstanden. Wie kann ich dienlich sein? Ich bin geehrt. Ich tue mein Bestes. Vielen Dank. Für Lordaeron. Schön. Für Lordaeron. Ich bin geehrt. Ich tue mein Bestes. Zumindest sind wir schon mal genauso weit wie davor. Ich tue mein Bestes. Ich glaub aber wir hatten bei der ersten Mission jeweils einen verloren. Nimm dies hier. Das kannst du gebrauchen auch eigentlich. Ich bin bereit. Oder soll ich es nehmen? Ich bin bereit. Ich bin geehrt. Ich tue mein Bestes. Helft uns. Er entkommt. Tötet ihn. Verdammt. Der Angriff hat schon begonnen. Zu den Waffenbrüdern. Oder willst du dich erst ein bisschen auffallen? Wie kann ich dienlich sein? Aufstehen mit Gebrüll würde ich sagen. Und du tankst. Ich bin geehrt. Ich bin geehrt. Für Lordaeron. Ich bin ein sehr freundlicher Mensch. Ich weiß. Sag das Zauberwolf. Nein. Meine Einheiten sollen nicht mich angreifen. Das kann man denen nämlich auch befehlen. Das ist ab und zu wichtig. Ja, du kannst mich auch angreifen. Das ist jetzt halt nicht so wie Total War, wenn man das im Koop spielt. Ja, mein Lenshell. Was ist euer Begehr? Für Lordaeron. Ich tue mein Bestes. Ich bin geehrt. Sieht doch friedlich aus, oder? Mhm. Für Lordaeron. Was braucht ihr? Ich bin bereit. Sag das Zauberwolf. Wie kann ich dienlich sein? Befehle? Was ist euer Begehr? Ich tue mein Bestes. Ich bin geehrt. Ja, mein Lenshell. Wie kann ich dienlich sein? Ich mag man nicht. Ich bin sehr konsequent. Ich bin bereit. Was ist euer Begehr? Was ist euer Begehr? Außerdem, ich muss doch versuchen, nur zu klauen. Elende Bestie. Elende Bestie. Elende Bestie. Wenn du andere Leute trügerst. Was soll das schon wieder heißen? Ich tue mein Bestes. Für Lordaeron. Ich hab das nur so in den Raum gestellt. Ich tue mein Bestes. Äh, wir müssen bei ein ernsthaftes Lötchen miteinander reden, habe ich das Gefühl. Ganz braver Trigger nichts. Sag das Zauberwort. Was ist euer Begehr? Wefehl unsere Strahler Begehr? Ist euer Begehr? Für Lordaeron. Was braucht ihr? Sag das Zauberwort. Er kriegt immer doch aufs Maul. Ich bin bereit. wie kann ich dienlich sein befehle was braucht ihr was ist das stimmt allerdings was ist in der nächsten mission hat man ja auf zurück was braucht ich bin bereit schafft diese elenden wichte zusammen mit den anderen fahrt für lauter ja mein was ist euer begehrt für lauter hier war doch im bereich ist nicht nur mein bestes was braucht hier im doden wie kann ich sagst du drei gehen wir dann nehmen dann habe ich wenigstens auch ein das zauberwort verstanden wie kann ich dienlich sein was ist machen wir das wie gestern ein paar andere raus tun ein bestes ich bin geehrt ist was das für lauter ich tue mein bestes ich mich koppeln das ist unfair ich bin geirrt elender bestie jetzt kann man elender bestie übrigens diese ork hexenmeister die nicht die kannst du im normalen spiel gar nicht bauen wenn wir die orks meistens okay ich bin hier wir werden sie mal kurz bauen können bestes aber ich bin bereit angewählt klingt eigentlich nichts auf die geisterung wie kann ich dienlich sein weil die kanäle wie das vorne was ist euer begehrt ich bin bereit ich bin geehrt ich tue mein bestes für lauteron jetzt sind es nur noch zwei und der ich finde es so extrem dass die chaos schaden macht die ork hexenmeister kann ich dienlich sein freudig schon auf die untoten kampagnen die erste mission das ist durch das zauber war kann ich dienlich sein weil die sich wollten eigentlich super einfach gehen ich tue mein bestes und wir haben weniger einheiten verloren wie am anfang ich habe einen verloren welches aufgefasst hat ja aber in der er sich ja was ist euer begehrt das war etwas das stimmt seid gesegnet prinz arthas aber was ist mit den anderen die verschleppt wurden seid unbesorgt wir finden sie und bringen sie sicher nach hause prinz arthas laut uta braucht euch sofort beim auglager dass nur keine langeweile aufkommt gehen wir treppien tre people tre. das ist größer ja beef dass